Okay, dieses mal ein etwas anderes Video, ich würde, ich persönlich bin jemand, ich mag es, Dinge zu ranken und deswegen wollte ich gerne mal über meine Top 100 Bücher überhaupt reden und da das sonst extrem langes Video sein würde und ich keine Lust habe, 10 Stunden hier zu sitzen, habe ich, möchte ich mich darauf beschränken, pro Buch nur 30 Sekunden Zeit zu haben und einfach das Wichtigste zu erzählen. Ich habe gedacht, das könnte vielleicht eine ganz lustige Sache werden. Also ja, demnach wird das Video etwas länger werden und ich würde sagen, fangen wir gleich an. Der erste Rat der Zeitband ist eine absolut geile Abenteuergeschichte und es ist halt dadurch der Hammer, weil wir extrem viel Vorscheidung für die ersten paar Bände haben. Wir sehen natürlich, wir haben natürlich unsere ersten Figuren alle eingeführt und auch wenn es jetzt noch überhaupt nicht in die Tiefe geht, bekommen wir trotzdem ein paar unglaublich geile Momente. Ja, es ist eine extreme Hommage an Herr der Ringe, weswegen es auch nicht so viel Eigenes macht, aber es hat trotzdem eine Art und Weise, ist wirklich trotzdem auf eine Art und Weise gesch... Okay. Der 25. Band von Mushoku Tensei ist der vorletzte davon, was bedeutet, wir sind voll im Finale. Wir haben ein paar der besten Kämpfe der ganzen Reihe, ein paar absolut geile Momente. Es ist halt einfach der große Klimax von so vielem, was in dieser Geschichte bisher passiert ist. Ich kann kaum was darüber sagen in Sachen wegen Spoiler. Deswegen, wie gesagt, extrem geile Kämpfe. Ja. Okay, hier bin ich sogar gut mit der Zeit wegen Spoilern. Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass die zweite Phase von Sky Darkery Pleasant für mich extrem hit und miss war, aber das erste Mal, dass es wieder richtig dieses geile Gefühl hatte, war Badlam bzw. Wahnsinn. Also der 12. Band. Er hat geschafft, das, was die ersten beiden Bände aufgebaut hat, extrem wieder zurückzubringen, also auf die Höhe zu bringen. Gleichzeitig war das, was mit Valkyro Unruhe als Hauptfigur gemacht hat, der absolute Wahnsinn. Die Art, wie ihre Depression behandelt wurde, alles in der Psychiatrie, war für mich ein absolutes Highlight. Verdammt. Was habe ich mir bei dem Video gedacht? Der 13. Band von Rat der Zeit, der vorletzte Band zum Finale, weswegen wir nochmal die letzten Schritte haben, bevor alles bereit ist. Wir haben Perrin und Matti ist mal im Fokus, was der absolute Hammer ist. Vor allem Perrin hat mit dem Schmieden eine der besten Szenen der gesamten Reihe. Ich persönlich mag zwar das Ende vom 13. Band, ich mag nicht, wie es aufgebaut wurde, aber trotzdem hat es ein paar geile Momente. Was ja auch alles in Tavalon war für mich ein absolutes Highlight, auch wenn ich persönlich gar bin. Ashwamdon ist der erste Band der Amisara-Astrologie, was bedeutet, dass wir diese engelartigen Wesen Ariach haben, die die Welt schon seit Jahrtausenden beeinflussen. Und jetzt, wir verfolgen zwei unterschiedliche Handlungen, fast 60 Jahre dazwischen, um wie diese Figuren diese Welt erkunden, beziehungsweise in diese Welt gestoßen werden, was super faszinierend ist. Es ist halt alles voller Intrigen. Wir gehen halt sehr stark auf Geschichte ein und auf verschiedene Religionen, wie diese... Dieser Band schließt den sechsten Arc von Rizio ab und einer meiner absoluten Lieblings-Arcs und es ist einfach der so geiler Hammer. Natsuki Subarot, eine der besten Charakterentwicklungen überhaupt und in diesem Arc ist es zum absoluten Höhepunkt gekommen. Und wie das alles abgeschlossen wird, ist der Hammer. Gleichzeitig haben wir so geiles Worldbuilding. Wir haben absolut hammermäßige Kämpfe und so viele Nebenfiguren, wie zum Beispiel Ram oder Julius, bekommen so eine geilen Momente, aber auch Figuren... Mann. Ist eine Weile her, dass ich das Buch gelesen habe, aber es ist mir extrem gut im Kopf geblieben, dadurch, wie stark die Hauptfigur war. Wir verfolgen Fitzgiewalric, einen Bastard, wirklich von dem ersten Moment an, an den er sich erinnern kann und verfolgen halt so wenig seine Kindheit, was bedeutet, dass wir extrem tief in dieser Figur drin sind, jede einzelne seiner Emotionen spüren und kennen, was einen super emotional an diese Figur bindet und auch wenn der Großteil des Buches sehr langsam ist, das Ende macht sowas von Wett. Aragorn ist eine Reihe, von der sicher jeder gehört hat, aber für mich wurde sie erst wirklich so ab dem zweiten Band wirklich interessant, weil sie halt dann ihr eigenes Ding gemacht hat und der zweite Band, ja, er hatte... Er ist vielleicht ein wenig auf und ab, so wie ich mich erinnere, aber trotzdem hat es mir persönlich extrem Spaß gemacht, vor allem, weil wir halt durch Aragorn und die Rebellion eine echt spannende Aspekte haben, daher nun durch das Ende von Band 1 sind wir halt nun an einem ganz neuen Punkt. Wo der zweite Band von Aske hier nur sehr viel Aufbau hatte, kommt es in diesem dritten Band endlich zusammen, das alles, was wir bekommen haben. Was bedeutet, dass wir den Gazala-Bad-Ark, ich weiß nicht mehr, wie man es ausspricht, so in seiner vollen Blüte erleben. Das Ende ist der absolute Hammer mit einem unglaublich geilen Twist, was eine Figur angeht, die uns eine Weile lang begleitet hat. Aber gleichzeitig ist es trotzdem noch Aufbau für den vierten Band, der dann noch besser ist. Es ist für mich wirklich... Das ist einer der Bände, wo Aske hier wirklich... ...zu dem wird, was es eigentlich ist. Das muss ich noch mit reinbringen. Band 12 ist ein Meisterwerk, was Sachen Abenteuer angeht, aber auch das Gefühl von Familie, Verlust, Depression, wie das alles ineinander behandelt wird. Gleichzeitig hat es meiner Meinung nach eine der faszinierendsten Dynamiken in Bezug auf Rudeus, Sylvie und Roxy, was deren Dreier-Dynamik halt angeht, was natürlich extrem moralisch fragwürdig an manchen Stellen ist, aber das sorgt einfach dafür, dass wir ein paar der spannendsten Charakter-Momente haben. Das waren die ersten zehn und okay, ich habe kaum Zeit, über das Zeug zu reden. Aber okay, es sorgt dafür, dass ich ein wenig bei dem... ...dass ich mich kurz fasse. Ah, und zu manchen habe ich auch swirlig geredet. Naja. Der vierzehnte Band von Skydory Pleasant bringt ein komplett neues Konzept mit rein, was dafür sorgt, dass wir super interessante Ideen haben, aber es ist trotzdem das Beste von Skydory Pleasant und das Schlechteste von Skydory Pleasant Phase 2 in einem Band vereint, was mich persönlich extrem nervt, nervt extrem viele Wetcons für die früheren Ereignisse, aber gleichzeitig so viele geile Momente. Cadaverus ist für mich so eine interessante Figur, auch wenn ich nicht mag, wie es am Ende gelöst wurde. Huiseo Band 37, der vorletzte Band des Volakia-Arcs, ist einfach der absolute Hammer. Er hat so viele geile Momente, so viele geile Kämpfe. Wir haben ein paar der besten Kapitel der gesamten Geschichte. In Huiseo gibt es ein Namenskapitel, wo wir immer eine Figur komplett im Fokus haben und mehr über sie erfahren und das gibt es in diesem Band für mehrere Figuren und jedes davon war so unglaublich spannend, weil wir so viele Klimaxe für Charakterentwicklungen hatten. Gleichzeitig war das Ende der absolute Hype, weil wir... Ich will darüber reden. DCC ist eine der witzigsten Buchreihen, die ich jemals gelesen habe und dieser erste Band ist eine super Einführung dahin. Die ganze Dynamik zwischen Carl und Donut ist so verdammt geil und es ist so ziemlich das Beste, was man so aus Litter-BG rausholen kann. Ganz einfach von der Absurdität her, von dem Witz her, von der Art, wie es aufgebaut wurde. Es ist halt so Apokalypsen-mäßig. Man geht halt immer weiter ins Dungeon runter und ist halt super auf Karls Seite. Es ist auch durch das System alleine... Das Finale vom Knochensplitterpalast ist sicher kein perfektes Finale. Es hat ein paar Schwächen, aber ich persönlich muss sagen, es hat mir trotzdem gefallen, wie das alles zusammengebracht wurde. Wir hatten... Alle vier Figuren hatten ihren Fokus, auch wenn... Ich habe vergessen ihren Namen, die im zweiten Teil viel mehr Fokus hatte und jetzt im dritten Teil eine andere. Hauptfigur viel mehr Fokus. Lin war wieder der Hammer. Wir hatten einen der geilsten Twist der ganzen Reihen, wo nochmal alles zusammengeführt wurde und alles auf eine Art und Weise, dass man das Buch... Warum tue ich mir das an? Das Ende von Mushoku Tensi ist eines der emotionalsten Enden, die ich jemals gelesen habe, weil sie mir persönlich extrem viel bedeutet. Extrem viel nahe liegt. Ganz einfach, weil Rudeus Greirat als Charakter mir extrem viel bedeutet. Es ist unglaublich schön. Es hat natürlich extrem epische Momente, geile Kämpfe, aber das ist nicht der Fokus. Der Fokus liegt darauf, wie Rudeus... Wo Rudeus jetzt im Laufe seines Lebens ist und dass er guckt, ob er jetzt endlich zufrieden ist. Ich bin jemand, der sehr viel bei Rudeus stammelt, was mir gerade sowas von hinten ausspeist. Der erste... Das erste Horn habe ich erst vor kurzem wieder gelesen, weswegen es mir jetzt noch echt gut im Kopf geblieben ist. Es zeigt halt... Es ist halt eine perfekte Einführung für Richard Schwarz Art zu schreiben. Ja, es hat einen extrem RPG-artigen Stil, was ich persönlich liebe. Ja, es hat sehr weirde Art, wie Frauen und so geschrieben ist, was eine Warnung ist für alle, die damit ein Problem haben. Aber ich liebe einfach, wie das Ende alles nochmal umwirft, wie die gesamte Handlung sich um 180 Karte dreht, aber es sich trotzdem extrem organisch anführt. Eine Reihe, zu der ich unbedingt bald wieder kommen muss. Der zweite Band nimmt alles, was der recht gebundener Teil 1 hat und bildet es weiter. Jede unserer Figuren wird weiterentwickelt. Wir bekommen viele neue Dynamiken, viele neue Ideen mit reingebracht und die Welt wird so viel größer, was unglaublich faszinierend ist. Wir haben mit Laia und Elias so eine geile Dynamik und die Art, wie ihre einzelnen Fähigkeiten mit reingebracht werden. Eine Reihe, die mich mehr geprägt hat, als kaum eine andere. Und dieses... Dieser Band ist der erste von der Rook-Trilogie und gleichzeitig ist es der siebte Band, chronologisch gesehen. Es bringt... Zeigt halt die ganze Welt aus einer vollkommen neuen Perspektive, weil viele Aspekte des Worldbuildings, das vorher existiert haben, jetzt nicht mehr da sind, was dafür sorgt, dass wir halt quasi eine neue Welt erkennen. Gleichzeitig haben wir wieder Rückblick... sehen wir was aus einer unserer vorherigen Protagonisten entwickelt geworden ist, was ich persönlich als Aspekt absolut liebe und seine Flashbacks waren... Dieser Band ist das Herz von Ark 6 und geht so tief in Subarus Psyche als Charakter, was super faszinierend ist. Der Entrust vom Band 22 hat mich sehr Fragen zurückgelassen, da ich nicht wirklich wusste, was soll ich jetzt davon halten. Aber wie es in diesem Band umgesetzt wird, ist absolut göttlich. Es ist wahrscheinlich eins der düstersten Bücher überhaupt ganz einfach, weil wir sehr in dieses Selbstverstümmelungstendenz von Subarus gehen, was extrem unangenehm werden kann. Gleichzeitig haben wir... Man... Nehmen wir sechs absolut faszinierende Figuren und packen sie auf eine unmögliche Mission. Ein Konzept, was sicher nichts Neues ist, aber kaum so gut umgesetzt wurde wie in diesem Band. Ja, ich persönlich denke, man hätte es auch als ein Einzelband lassen können und halt quasi noch alle Geschichten abschließen können. Aber trotzdem sorgt es dafür, dass ich dieses Band absolut liebe, ganz einfach, weil wir... Es war für mich die Einführung in dieses Griecher-Universum, was ich persönlich vom Worldbuilding her super faszinierend finde. Alle Figuren haben ihre eigenen kleinen Geschichten. Das waren jetzt 20 Bücher und ich habe das Gefühl, ich bin nicht dazu gekommen, über irgendetwas zu reden. Eins der neuesten Bücher auf der Liste und man muss ein Masorist sein, um es zu lesen. Es ist so extrem deprimierend, so extrem brutal und abartig, dass es einem das Herz herausreißt. Es geht halt darum, dass unsere Hauptfigur zusammen mit all ihrer Familie und Freunden von Dämonen quasi gefangen genommen wird und jetzt versucht irgendwie zu überleben in dem Wissen, dass sie irgendwann gefressen werden. Sie versuchen irgendwie rauszukommen, aber immer und immer wieder werden sie zurückgeschlagen und es ist so mitreißend, weil du auf der Seite dieser Figuren mitfieberst. Der zweite Band von Karl setzt noch mal ins Traub und sorgt dafür, dass sehr viele Dinge, die im ersten Band nur angedeutet wurden, jetzt endlich. Wir bekommen mehr über die Haupthandlung, wir lernen mehr darüber kennen, wie diese Handlung, was die größere Handlung in dieser Geschichte ist. Gleichzeitig bekommen wir auch ein paar coole Nebenfiguren mit eingeführt. Wir haben halt die Karl-Donut-Beziehung, die sich weiterentwickelt und für mich zu einem Absatz noch besser wird als im ersten Teil. Die Questen werden immer witziger, viel absurder. Dieser Band geht mehr als Romance-Genre als jeder andere Band von Monsho Kortense und es funktioniert einfach so verdammt gut. Ganz einfach, weil wir halt beide Figuren kennen, die sich halt Stück für Stück ineinander verlieben und es ist einfach eine der schönsten Liebesgeschichten, ganz einfach, weil es auf eine Art und Weise mit der Charakterentwicklung von Rudeus verbunden ist, wie ich es noch nie gesehen habe. Die Art und Weise, wie sexuelle Inhalte mit Plot und Charakteren verbunden werden, ist so genial umgesetzt, dass ist das für mich der absolute goldene Standard für jede Art von... Dieses Buch besteht quasi aus zwei Hälften. Natürlich haben wir diese absolut spannende Space Opera, wo wir nie wirklich wissen, wie es jetzt weitergeht, aber gleichzeitig ist es auch quasi Hunger Games im Weltraum. Was mir persönlich auch gefallen hat, aber ich hätte mir gewünscht, dass es sich mehr auf diesen Hauptkonflikt konzentriert, aber trotzdem, das Ganze mit Hunger Games war super geil umgesetzt. Wir haben taktisches Denken, wir haben einen Haufen Schlachten, kleine, aber gleichzeitig auf so einen kleinen Raum, der aber trotzdem super faszinierend ist, weil wir wissen, dass es immer... Ich habe meine Probleme mit Ära 2 von den Nebelgeborenen, aber dieser Band ist das erste Mal, dass ich mir wirklich dachte, ja, Senderson ist zurück und dieser Band ist der Hammer. Und es ist meiner Meinung nach auch der beste Band von Phase 2, Ära 2. Und ich kann nicht viel dazu sagen, außer es gibt extrem viele Twists. Wir sind wieder voll darin, dass Senderson wirklich ein paar geile Dinge aufgebaut hat und wir jetzt sehen, dass die Sachen auf eine Art und Weise zusammenkommen, wie man es überhaupt nicht erwartet hatte. Der End-Twist ist der absolute Hammer, aber ich mag vor allem wie... Das ist der Band, wo Radha-Zeit endlich zu dem wird, was es schon immer sein konnte. Ein absolut geiler Epos mit super spannenden Ideen, die es kaum so in anderen Büchern gibt und was einfach so viel geilen Aufbau für über 14 Bände macht. Wir haben viele geile Charaktermomente, das Flimmern war so eine geile Idee, gleichzeitig haben wir mit den Sanchan so eine krasse Antagonistengruppe, die unsere Figuren auf eine mentale Art und Weise unglaublich fordern. Eine Liebesgeschichte, die sehr viel Inspiration von japanischer Anime nimmt, was ich persönlich absolut geliebt habe. Es ist halt Senderson, das bedeutet, wir haben so viele geile Twists drin, wir haben so viele geile Momente. Es ist eine Geschichte, die sich sehr darüber, die sehr viel über Hobbys und künstlerisches Sein erzählt, was ich persönlich super faszinierend fand, wie diese Arten in das Magie-System eingebaut werden, wie das in die ganze Welt... Der fünfte Band von Lied von Eis und Feuer ist meiner Meinung nach so... Er nimmt halt alle der interessantesten Handlungen. Wir haben Tyrion, Linares, Jon, jeder kennt Game of Thrones, aber dieser Band ist einer der, wo es sich am meisten von der Serie unterscheidet, ganz einfach, weil wir so viel mehr spannende Aspekte haben, die es in der Serie nicht übernommen wurden. Und ich persönlich liebe dieses Buch einfach für seine... Der junge Greif war meiner Meinung nach einer der absoluten Highlights, weil es einfach aus dem Nichts so viel... Mein Lieblingsband von Aragorn vor allem dahingehend, weil wir so viel Zeit bei den Elfen... Elfen? Elfen? Keine Ahnung, verbringen. Und dementsprechend sehr viel mehr über diese ganze Welt lernen, mehr über die Magie. Wir bekommen das mit diesen Drachenherzen. Ich weiß nicht mal, wie man es nennt, eingeführt, was der Hammer war. Die Beziehung von Arya und Aragorn wird ein wenig vertieft. Ich persönlich muss sagen, das war... Gleichzeitig haben wir halt auch mehr Behandlungen, die... Gradle ist eine Progression-Fantasy-Reihe, das heißt, es geht darum, dass unsere Figuren immer stärker werden. Und das ist meiner Meinung nach der erste Band, wo es so wirklich... Wo wir mehr über den Hauptplot bekommen. Wir haben halt die ganze Zeit die Gefahr von einem möglichen Duell, was alles vernichten könnte. Gleichzeitig gibt es halt einen Krieg zwischen zwei Familien, der sich langsam aufbaut. Aber wir haben trotzdem unsere beiden Hauptfiguren in einem sehr geschlossenen Raum, wo sie einfach versuchen, stärker zu werden und immer weiter trainieren, was meiner Meinung nach der absolute Hammer ist, weil es dafür sorgt, dass... die Beziehung unserer Figuren weiter wächst. Ein Band, der es schafft, drei Perspektiven zu haben, die alle gleichermaßen super spannend und genial sind. Wir sehen halt die verschiedenen Aspekte von... Es ist halt sehr stark Wikinger-inspiriert, mit einer Art und Weise über Götter, die ich super liebe, dass halt die Kinder von Göttern weiterhin ihr Blut haben und dementsprechend Kräfte von Tieren besitzen. Alle Handlungen haben irgendwas für sich, was ich persönlich liebe. Eine Gruppe versucht, das Reich der Götter zu finden, andere versucht, Rache zu nehmen, andere versucht ihre Familie. Eine perfekte Mischung aus Progression-Fantasy und High-Fantasy. Wir verfolgen halt diesen quasi Sklaven, der jetzt auf einmal in eine Welt gebracht wird, wo er die Möglichkeit hat, über sich hinaus zu wachsen, was ich persönlich super geliebt habe. Vor allem die Art, wie Sklaven, wie das Sklaven-Dasein immer wieder reingebracht wird in dieser Welt und wie das quasi... ähm... wie das ein Thema ist, das immer und immer wieder neu behandelt wird. Die Kämpfe sind Hammer und vor allem in der zweiten Hälfte geht die Handlung wirklich richtig Geld ab. Wohl eines der bekanntesten deutschen Fantasy-Bücher. Ich liebe die Art, wie die Handlung strukturiert ist, wie die Timeskips immer wieder reingebracht werden und was das für unsere Charaktere bedeutet. Es wird wirklich nahegebracht, was Zeit für Elfen bedeutet, was meiner Meinung nach so geil gemacht ist. Wir haben eine... ein Liebestreieck, was auf eine Art und Weise geschrieben ist, wie man es sonst nicht wirklich kennt. Mantret ist aber trotzdem noch so eine, äh... eine Figur, dass man immer noch sehr mit ihm mitfühlen kann und durch ihn die Welt erlebt hat. Dieses Buch ist vor allem durch eine Handlung so weit oben und zwar wegen Lynn. Wir haben eine Figur, die in diesem Palast wohnt, wo es unglaublich viele Geheimnisse gibt und sie versucht, ihre alten Erinnerungen wiederzuerwecken, um die nächste Kaiserin zu werden. Was... Und sie Stück für Stück bekommen wir immer mehr Hulviers, immer mehr Mysterien, die einfach so geil gemacht sind und alles nochmal in einen neuen Kontext wirft. Und wir haben ein paar der geilsten Twists, die ich gelesen habe und das sorgt halt dafür, dass man die ganze Zeit über, äh... Das Finale vom Volakia-Arc hat mit dem Priscilla Bariel-Namenskapitel meiner Meinung nach das best... eines der meinen persönlichen, äh... Lieblingskapitel der ganzen Reihe. Gleichzeitig schließt es so viele Handlungen ab, die jetzt über so viele Bände hinweg aufgebaut wurden und es sorgt einfach dafür, dass dieses... dieses Buch so geil ist. Es gibt so ein riesiges Versprechen dafür, was die Geschichte später noch sein könnte und ich wäre... hätte fast geheult bei dem Ende, weil es einfach so verdammt... Ein weiterer Band von Gradle, Die Wiege, wo wir einen der geilsten Twists der gesamten Reihe haben, aber gleichzeitig unsere Figuren zum ersten Mal in der richtig großen Liga spielen und man das wirklich an jeder Stelle merkt. Wir haben Kämpfe nebenbei, die halt mit reinspielen und dafür sorgen, dass... Ja, wir haben diesen Konflikt zwischen zwei Figuren, der im Mittelpunkt steht, aber außenrum ist quasi ein Krieg, der ausbricht, weswegen wir so viele kleine Nebenfiguren haben, die alle ihre eigenen Geschichten haben, was super... DCC-Band 3 geht wirklich in Richtung episch und das funktioniert perfekt. Wir haben so viele Handlungen, die jetzt endlich zusammenkommen, was dafür sorgt, weil ja, es konzentriert sich immer noch komplett auf Karl und Donat, aber im Hintergrund passiert so viel mehr, was man so durch Nebensätze erfährt, was Spannendes. So viele Figuren kommen jetzt auf einmal in der gleichen Geschichte vor und wir bleiben die ganze Zeit an diesem einen mysteriösen Ort und müssen die Rätsel lösen, was ich persönlich absolut geliebt habe. Gleichzeitig wird eine Nebenfigur immer wichtiger und bekommt mehr Fokus. Cozy Fantasy vom Feinsten. Es ist ein Buch, was ich immer und immer wieder lesen könnte. Wir verfolgen halt einen Ork, eine Orkin, die versucht, einen Kaffeeshop aufzubauen, was einfach so eine absurde Idee ist, aber die so verdammt gut funktioniert. Man ist die ganze Zeit mit drin. Es ist einfach ein Buch, was man super entspannt lesen kann und was einem die ganze Zeit über Spaß macht, weswegen es einfach so ein wohliges, Gefühl gibt wie kaum ein Buch und die Beziehung zwischen Viv und Tantariel. Ach, scheiße. Der vorletzte Band von Cradle hat einen riesigen Fokus auf unsere Hauptfigur Lindon, was dafür sorgt, dass es einfach so geil ist, die Art, wie Lindons Charakter weitergeführt wird, aber wie es gleichzeitig so eine wunderschöne Abrundung zu seiner vorherigen Entwicklung ist, ist einfach genial gemacht und die Art, wie auch seine Stärke weiterentwickelt wird, hatte ich persönlich jetzt nicht erwartet, was ich persönlich aber absolut geliebt habe und gleichzeitig fühlt es sich jetzt wirklich an, ja, Lindon ist einer der Großen und es hat einen der geilsten Kämpfe überhaupt. Einer der besten Bände von Aski, was an ein paar Gründen liegt, zum einen ist er viel mehr in sich abgeschlossen als viele der anderen Bände, gleichzeitig haben wir aber, das Ende ist super emotional, aber unglaublich episch, weil es einen geilen Kampf hat, aber gleichzeitig halt von den Charaktermomenten unglaublich stark ist, wir haben halt wirklich diese Jagd nach einem Nekromanten die ganze Zeit über, weswegen wir von Anfang an wissen, gleichzeitig dieser extrem geile Endwist am Ende von Band 3 wird jetzt weitergeführt, was dafür komplett neue Charakterdynamiken sorgt. Das Ende der ersten First Law Trilogie ist extrem, es lässt sich die Haare rausreißen, weil es einfach so unglaublich frustrierend ist, aber gleichzeitig so verdammt gut geschrieben ist, dass du es an die Wand werfen willst, aber gleichzeitig nie mal wieder loslassen willst. Und es hat halt so einen geilen Twist und das, was mit den Charakteren gemacht wird, finde ich so geil. Wir haben ein richtig geiles Duell, die Kämpfe darin sind der Hammer, aber ich liebe alles, was mit Bayaz und Chisal passiert, das sorgt einfach für Kaum ein Buch ist für mich so synonym mit Abenteuer wie dieses. Wir haben halt Twig, der zum ersten Mal Teil von einer Himmelspiratengruppe wird, weswegen wir einen komplett neuer Aspekt dieses Worldbuilding sehen. Gleichzeitig haben wir immer wieder neue Figuren, die eingeführt werden, beziehungsweise mehr Fokus bekommen. Der Steinpilot ist ein absolutes Highlight. Wir haben mit diesem Typen im Moor einen der abartigsten Antagonisten. Gleichzeitig ist es das Ende dafür, der Hammer weiß Twig endlich quasi erwachsen macht. Der erste Band von einem der geilsten Turnier-Arcs überhaupt. Das Ende war für mich halt sehr fragwürdig, weil ich nicht wusste, was daraus gemacht wurde. Aber der Endkampf ist einfach der, wahrscheinlich der beste Kampf der gesamten Reihe. Wir haben so viele, wir sehen so viel mehr davon, wie diese großen Spiele in dieser Welt funktionieren und beziehungsweise wie alles zusammenhängt und wie reich manche dieser Leute sind und was sie sich leisten können als Preise für dieses Turnier, was einfach so verdammt geil ist. Wir haben halt so viele... Dieser Band stößt die richtige Haupthandlung von Sky Degree Pleasant richtig los und ist einer absoluten Lieblingsreihen. Wir haben am Ende einen unglaublich geilen Twist. Wir haben eine Gruppe aus den... Wir haben wahrscheinlich die beste Antagonistengruppe der gesamten Reihe. Ganz einfach, weil so viele vorherige Antagonisten sich jetzt zusammenschließen, um Rache zu nehmen, was ein super geiles Konzept ist. Und halt... Oh, wir haben so viele... Der Entwist. Und viele... Der Anfang war auch eine ganz andere... Eigentlich ganz... Das erste Melesenbuch auf dieser Liste führt eine meiner absoluten Lieblingshandlungen fort. Und zwar alles, was mit den... Äh, äh... E-Duo passiert. Wir haben ein super geiles Duell. Äh, Rulat ist für mich eine der absolut... meiner absoluten Lieblingsfiguren. Ganz einfach, die Art und Weise, wie er geschrieben ist und auch in diesem Band weiterentwickelt wird, ist so geil gemacht. Wir haben, äh... Endlich kommen alles zusammen, was wir in den vorherigen Bänden in verschiedenen Handlungen aufgebaut hatten und jetzt alles an einem Ort spielt, was... Ich liebe die Art, diese Welt in diesem Buch, die Art, wie Mythologien von Jin und Ifrit mit eingebaut wird, was ich persönlich super faszinierend fand. Gleichzeitig ist das... Der Großteil dieses Buches ist ein riesiges Spiel, wo es darum geht, wer der nächste Herrscher werden wird, was ich liebe. Und dann eine junge Sklavin, die gleichzeitig eine Spionin für die Rebellion ist, da irgendwie mit reingebracht wird, finde ich als Idee supergeil und das sorgt dafür, dass die Dynamik zwischen Elias und Laia für beide Handlungen unglaublich wichtig ist, aber gleichzeitig die Charaktere weiterentwickelt. Ich hab das Gefühl, ich lerne nicht dazu. Ich versuche immer noch weiter zu schwafeln, obwohl ich weiß, dass die Zeit gleich zu Ende ist. Ah, okay. Walter Mörs hat natürlich ein Talent fürs Absurde, aber in diesem Buch hat er gezeigt, dass er auch ein Talent fürs Epische hat. Ich hätte nicht gedacht, dass man diese Welt von Captain Blaubeer auf so eine, ähm, ernsthafte Art und Weise schreiben kann, dass es gleichzeitig so eine geile Geschichte ist. Wir haben unglaublich geile Kämpfe. Wir haben meiner Meinung nach eines der besten Duelle überhaupt mit, äh, Rumo gegen den Schwertmeister, aber vor allem das Gegenende des Buches, wo wir dann den Untergrund kennenlernen und wirklich diese Spannung aufkommt, ist für mich... Die ersten paar Kapitel dieses Buches konzentrieren sich einzig und allein auf die Figur Karsa Olong, eine meiner absoluten Lieblingsfiguren. Extrem abartig, extrem hassenswert, aber die Entwicklung, die er durchmacht, ist so genial geschrieben. Gleichzeitig haben wir, führen wir mit Fellesin eine unglaublich geile Charakterentwicklung weiter und das Ende hat mich emotional gebrochen. Es ist nicht so dieser absolute Klimax, wie ich erwartet hatte, aber teilweise passt das sogar viel besser, weil es halt so ein eher sprö... Das Finale der ersten Nebel gewonnenen Reihe hat zwei der besten Twists, die ich jemals gelesen habe, ganz einfach, weil es dafür sorgt, dass du dich fragst, ob du ein Idiot bist, weil du es nicht vorher bemerkt hast und es einfach so gut gemacht ist. Wir haben... Wir haben gleichzeitig so viele Charaktermomente. Win, eine supergeile Figur, hat sich über alle drei Bände so organisch entwickelt, dass du es gar nicht gemerkt hast. Aber jetzt im dritten Band siehst du sie und du denkst dir, ist das überhaupt noch dieselbe Figur? Aber ja, das ist sie, weil sie so genial entwickelt ist. Der vierte Band von Sturmlichtchroniken geht in Sachen ein epigen Stück zurück und konzentriert sich viel mehr auf die Charaktere über ihre einzelnen Geschichten und auch wenn es da meiner Meinung nach ein ganzes Paar Schwächen gibt, ist es immer noch unglaublich geil geschrieben. Wir haben quasi einen Stürb langsam in dieser Geschichte von einer unserer Figuren. Wir haben... Wir lernen die Hintergrund von ein paar Figuren kennen, die kaum Fokus gehabt hatten. Gleichzeitig der Endfest war einfach so göttlich, weil man es halt... Okay, Hälfte ist geschafft. Ich kann nicht sagen, dass das Spaß gemacht hat. Oh Mann. Okay, also ungefähr nochmal so lange. Ich hätte eigentlich gedacht, ich schaffe es in so einer Stunde, aber nein, das wird... Okay, ich muss jetzt mal kurz zwischendurch was essen, weil das ist anstrengend. Das hätte ich nicht gedacht, das Video zu machen, die ganze Zeit schnell reden, die ganze Zeit so auf Druck. Ui, ui, ui. Okay, machen wir aber weiter mit Platz 50. Das ist eines von Sendersen's besten Standalones, meiner Meinung nach, ganz einfach, weil es so unglaublich schnell erzielt ist. Wir haben wirklich nur vielleicht einen Tag Handlungszeitraum und es ist wirklich keine Sekunde Ruhe, weil unsere Hauptfigur auch keine Sekunde Ruhe hat und du bist die ganze Zeit so auf Edge, weil es einfach so spannend ist und du lernst halt in dieser kurzen Zeit eine komplett neue Welt kennen, ein komplett neue Magiesystem und das spielt halt gleichzeitig mit so vielen verschiedenen Aspekten von vorherigen Büchern mit rein. Bad 2 ist nochmal ein ganzes Stück besser als Nordnacht, meiner Meinung nach, ganz einfach, weil es sehr viel von dem, was vorher aufgebaut wurde, jetzt weiterentwickelt. Wir haben halt all diese Figuren, die jetzt auf einmal immer wieder in sich überschneidenden Handlungen treffen und deswegen immer mal wieder was zusammen miteinander zu tun haben. Gleichzeitig haben wir zwei neue Perspektiven von Antagonisten, was meiner Meinung nach noch viel spannender war, ganz einfach, weil wir modernen ganze Geschichte erleben oder warum sie überhaupt so gehandelt haben, wie sie halt im ersten Band gehandelt haben. Gleichzeitig hat es mit dem Ende einen extrem heftigen Twist. Der erste Band von Quaidle, meiner Meinung nach eins der spaßigsten Bücher, die ich jemals gelesen habe. Wir haben in einem einzigen Kapitel so ein unglaubliches Worldbuilding, so einen unglaublichen Spannungsaufbau, das habe ich noch nie so gelesen, also so gut umgesetzt. Gleichzeitig ist es wirklich von vorne bis hinten, lässt sich nicht mehr los, weil du die ganze Zeit dich fragst, wie kommt unsere Hauptfigur da raus, weil er halt dieser absolute Schwächling ist, aber aus dieser Welt voll extrem starker Typen lebt. Aber gleichzeitig geht die Perspektive von dem, was stark in dieser Welt überhaupt bedeutet. Der beste Band von Ära 2, wir haben einfach eine Gruppe von Figuren, die in einer von eine zombieverseuchte Dimension gehen und dort versuchen, einen dunklen Herrscher zu töten, was einfach als Konzept so genial ist. Und die ersten, und die, die ersten vier Fünftel des Buches sind perfekt. Wir haben wirklich eine ruhige Handlung, Charakter fokussiert, weil Kyra hat ihre Entwicklung ganz am Anfang, das Ende ist ein wenig gehetzt, nimmt ein paar zu viele Aspekte auf einmal, aber das ist nur ein wirklich märchenhaftes Buch, was sehr von die Brau des Prinzen inspiriert ist und ich persönlich absolut geliebt hat. Es hat meiner Meinung nach die bisher beste Welt von Brandon Sanderson und es sorgt dafür und es hat einfach Dress ist so eine geile Figur, wie wir verfolgen, wie sie versucht, ihren Geliebten aus den Klauen der Hexe zu befreien. Einfach so eine schöne Geschichte und die Erzählperspektive ist etwas, was sehr selten, was ich so noch nicht erlebt habe. Richard Schwarz hat sich mit dem Buch entschieden, einfach mal eine komplett neue Geschichte aufzumachen, mit komplett neuen Figuren, die Perspektive in dritte Perspektive zu wechseln, alles als Aufbau für den späteren siebten Band und es ist einfach so genial gemacht. Wir haben so viele geile Figuren und wir sehen einfach diese Welt aus einer vollkommen ersten Perspektive, als die ersten fünf Bände. Sehr viele Dinge, die wir vorher kennengelernt haben, werden in neuen Kontext gelegt und es ist einfach Fantasy pur von seiner besten Seite. Dieses Buch kam aus dem Nichts und hat mich absolut umgehauen. Es ist halt eine Geschichte voller Dämonen und Engel, eine Gruppe aus Dämonen, die noch nicht versklavt wurden, versuchen den Himmel zu stürzen, was einfach so ein geiles Konzept ist. Gleichzeitig haben wir einen Hexer, der versucht, von der großen Macht, die diese Welt beherrscht, ein wenig zu entkommen und sein eigenes Heim aufzubauen und es gibt einfach so viele geile Twists im Verlauf des Buches, vor allem in Bezug auf den Charakter Bex, die mich immer und immer wieder umgehauen haben, weil sie... Ich glaube, ich habe kein Buch so oft gelesen wie den ersten Band von Skaldagri Plessen. Er ist kurz, er ist knackig, schnell erzählt, er hat ein super Pexing, er ist einfach unglaublich witzig. Kapitel 4 dieses Buches ist eines der witzigsten Dinge, die ich jemals in meinem Leben konsumiert habe. Wir haben einfach so... Und es ist trotzdem so extrem viel Aufbau für spätere Bände, wir haben so viel Spannung, die für die Charaktere existiert, gleichzeitig haben wir mit dem... Auch eine schöne Sache, die mir bei diesem Videokonzept auffällt. Manchmal fange ich selbst an, ohne zu wissen, wie ich sie beenden soll, aber schlussendlich muss ich es dann gar nicht, weil Zeit rum ist. Naja. Das Finale von Rat der Zeit ist die Definition von Epic. Wir haben ein Kapitel, das 200 Seiten lang ist und nur aus Schlacht besteht und es ist die ganze Zeit lang spannend und das finde ich so geil. All diese Entwicklungen, die wir über Tausende, Millionen von Worten lang gelesen haben, kommen jetzt endlich zum Grunde und es ist einfach so ein Hammer Teil, so ein emotionales Sender, was einen einfach mitfühlen lässt, wenn man so tief in der Geschichte und in der Welt ist. Ich würde sagen, das ist Sendersons epischstes Buch, ganz einfach, weil das gesamte Ende einfach pures alles ist. Wir haben so viele verschiedene Handlungen, so viele verschiedene Charaktere, die alle gleichzeitig irgendwie ihre Handlungen haben und das wird so wunderbar zusammengesetzt. Ja, meiner Meinung nach hat es ein paar Längen und am Ende ist es ein wenig überwurfen, aber das nimmt nichts von diesen unglaublich starken Momenten, die einzelne Figuren haben. Der erste Band von Lied und Eis und Feuer ist einfach einer der geilsten Beginne überhaupt. Die Art, wie so viele unterschiedliche Figuren eingeführt werden, so viele verschiedene Handlungen, die ganze Welt und es sich einfach so perfekt zusammenfügt, dass wir, klar, es kommen jetzt nicht alle Handlungen zusammen, aber es fühlt sich wirklich so an, als würden alle auf der gleichen Wellenlänge spielen. Man kann die Verbindungen zwischen einzelnen Büchern quasi sehen, was sich einfach von einzelnen Charakteren sehen und Band 5 von Rat und Rat der Zeit hat einfach einen Haufen Dinge auf den Haufen geworfen und von überall wird ein wenig was genommen, was einfach für eine super chaotische Geschichte, aber auf eine gute Weise chaotisch wird. Wir haben ein paar extrem große WTF-Momente, wir haben geile Kämpfe, wir haben vor allem auch Nebenhandlungen, sind ein paar sehr spannende dabei, alles was mit Moria, Moriaen, Moriaen, oh Gott, ich habe ihren Namen vergessen, Moriaen, Moriaen, was mit der Zauberin passiert ist, der Hammer, warum so ist überhaupt, der zweite Band von Sarah Thoras zeichnet sich vor allem durch zwei Dinge für mich aus, einmal weil die beiden Handlungen, die vorher im ersten Band komplett und vollkommen unabhängig voneinander waren, jetzt zusammenkommen und wir sehen, wie sie sich schon von Anfang an beeinflusst haben und vor allem durch die geilen Twists, was ein bisschen mit reinspielt, das Ende hat einen unglaublich geilen Twists, wir haben mit Rafaela so einen geilen Twist, wo man sich dann denkt, das hätte ich mir denken sollen, das hätte ich mir denken sollen und das halt gleich mehrmals in diesem einen Buch. Dieses Buch ist Abenteuer pur und ich liebe es einfach von vorne bis hinten, wir verfolgen wie er versucht, seine Freunde zu finden auf dem gesamten Klippenland, weswegen er eine riesige Reise durch diese Welt machen muss, was bedeutet, dass wir so viele neue Aspekte dieser Welt sehen, die vorher einfach nicht im Fokus lagen, was aber gleichzeitig super spannend ist, weil wir als Leser wissen, was für eine Gefahr die ganze Zeit in dem Hintergrund schwebt, aber unsere Charaktere halt nicht, was nochmal eine ganz andere Perspektive mit reinbringt, was ich persönlich zu Verbrecherfamilie mit magischen Jadefähigkeiten, wir haben extrem viel Politik, extrem geile Figuren, Jade City ist eine der gehyptesten Buchreihen, also Queen Bones Saga der letzten Jahre und das absolut zu Recht, der erste Band alleine ist so ein geiles Buch, das ist einfach vom Schreibtisch nicht eines der besten Fantasy Bücher überhaupt ist, wir haben einfach jede Figur ihre eigenen Handlung ihrer eigenen Entwicklung und jedes Spann für sich, das Ende lässt sich ratlos zurück, weil du einfach keine Ahnung hast. In diesem Band wird unsere Hauptfigur in sehr kleinem Raum mit ein paar viel zu starken Gegner eingeschlossen und er muss versuchen jetzt sehr schnell sehr stark zu werden oder wird komplett pulverisiert und das sorgt halt einfach für eine ganz neue Art von Spannung die diese Reihe bisher nicht hatte und ich liebe es Lindon ist diesmal komplett auf sich allein gestellt und auch wenn wir andere Nebenfiguren in ihrer eigenen Handlung haben liegt der Fokus einfach auf dieser ganzen Ghost Water Handlung und wir haben die Einführung von Tross der einfach meiner Meinung nach Sendersons bester Einzelroman und weil er einfach alles nimmt was Senderson so großartig macht verschiedene Handlungen die am Ende alle zusammen laufen unglaublich viele Twists ein der spannendsten Magiesysteme also super spannendes Magiesystem jede Figur hat ihre eigenen kleinen Entwicklungen die man stückweise nicht wirklich sieht bis man wirklich am Ende angekommen ist und sich dann denkt ah darauf ist es die ganze Zeit hinaus gelaufen was einfach so geile Momente bringt ich glaube ich habe noch nie ein Buch mit einer so düsteren Atmosphäre Stimmung gelesen weil es es bricht ein innerlich wir sehen halt wirklich die absoluten Abgründe der Menschheit und das Schlimmste was eine Gruppe von Menschen einer anderen antun kann das Ende ist absolut herzreißend weil es so unglaublich niederschmetternd ist und gefühlt wirklich keine Hoffnung lässt dass es einen bricht was ich persönlich absolut aber es war so unglaublich gut geschrieben ich war an die Seiten gefesselt das Finale der ersten Trilogie nimmt alles was die ersten beiden Bände gut gemacht hat und bringt es noch einmal eine Stufe höher weil es einfach so genial ist wir bekommen endlich einen Blick auf die Antagonisten die all die Zeit angeteasert wurden wir haben einen geilen Twist drin aber vor allem liebe ich wie die einzelnen Charaktere behandelt worden ob es jetzt Valkyra ist ob es jetzt Fletcher ist ob es jetzt Skaldaggery ist jeder hat gefühlt sein eigenes kleines Ding was so nebenbei läuft alles mit dem traurigerweise das letzte Buch das Robert Jordan allein geschrieben hat und deswegen freut es mich so dass es so ein absolut geiler Banger ist wir haben einfach so viele Handlungen die in diesem Buch kommen und vor allem Aufbau für spätere Dinge wir haben endlich diese ganze Scheido Handlung die über vier Bände jetzt aufgebaut wurde kommt jetzt endlich zum großen Klimax was sich einfach so geil anführt wie am Rand der immer noch seine Entwicklung weitermacht und immer spannender dadurch wird die beste Rache Geschichte die ich Figuren sammelt und nacheinander ihre Liste abarbeitet es ist quimdark es ist super düster aber es ist so verdammt geil die Brutalität und all das und die düster die moralische Dunkelheit der Figuren werden super mit eingebracht einer meiner Lieblingsaspekte in Büchern ist es wenn Figuren die lange Zeit von zu Hause weg waren zurückkommen und man sieht wie sich alles für sie verändert haben aus ihrer Perspektive jedenfalls und genau das ist dieses Buch wir sehen was wie sich Lindon entwickelt hat und wie sich auch wie er die Welt jetzt anders sieht was für ein paar unglaublich frustrierende Momente in Bezug auf seine Familie sorgt aber gleichzeitig auch unglaublich gut gemacht ist und das Ende ist eine so geile Schlacht dass man wirklich sieht okay das sind unsere Hauptfiguren das Finale der ersten Ascii Reihe ist einfach so so gut geschrieben weil es so viel zusammen bringt von vorher wir haben unglaublich geile Momente gleichzeitig haben wir so viel Aufbau für die spätere Geschichte Götterkriege was ich persönlich super geliebt habe ganz einfach weil es die es sorgt dafür dass das Buch zum einen ein Abschluss ist aber zum anderen auch wieder neuer Anfang was sehr schwer ist finde ich zu balancieren aber dieses Buch extrem gut geschafft hat dass jetzt unsere dieser Band hat gezeigt was wirklich in Red Rising steckt und Gott es ist so geil wir haben Komplett Action wir haben keine einzige Ruhepause unserer Figuren sind die ganze Zeit über angespannt genau wie der Leser weil es einfach so mitreißt so viele kleine Figuren haben ihre Handlungen ich liebe wie was zwischen Daryl und Sephora gemacht wird wie diese verschiedenen Handlungen vom Bürgerkrieg von der Rebellion alles miteinander verwoben wird wir haben ein paar unglaublich geile Twists der zweite Band von Lied von Eis und Feuer ist in allen Aspekten besser als der erste Band der bereits der absolute Hammer war der Krieg der Fünf Könige ist so geil gemacht weil wir so viele verschiedenen Parteien haben die alle ihre eigenen Pläne haben was natürlich wieder auf die einzelnen Charaktere eingeht die alle ihre eigenen Geschichten haben und dass in diesem einen Buch so viele Handlungen hin und her balanciert werden ist so geil und wir haben so viele coole Entwicklungen so viele Figuren die vorher sehr stark im Hintergrund waren kommen jetzt endlich zur Geltung dieses Buch ist für mich sehr ich habe es absolut geliebt als ich es beim ersten Mal gelesen habe mit der Zeit habe ich ein wenig drüber nachgedacht und ich sehe jetzt auch die Schwächen aber ich finde die Schwächen die es auch macht die Art wie die ganze Handlung im Süden erzählt wird finde ich unglaublich faszinierend ja es ist extrem unangenehm und ja es ist moralisch fragwürdig aber das ist gerade das was diese Handlung so faszinierend macht gleichzeitig hat Rand so viele kleine Geschichten die so verdammt gut sind Wondering Inn ist meine neue Obsession und der erste Band war bereits ein absolutes Meisterwerk es hat die perfekte Balance zwischen Cozy Fantasy dass wir einfach nur zusehen wie Eren ihre Tavernen langsam aufbaut und epischer und teilweise extrem düsterer Epik was später noch größer rauskommt und in diesem Band bereits perfekt funktioniert hat wir bekommen zum ersten mal einen Blick auf diese gigantische Welt die ich absolut liebe und es sorgt einfach dafür dass dieses Buch mich so was von gecatcht hat wie kaum ein anderes dieses Buch ist ein einziges Meisterwerk es hat wahrscheinlich den besten Twist den ich jemals gelesen habe in der Art und Weise wie es vor allem das Ende von Band 14 mit rein bringt wir haben was mit dem Charakter Rudeus was wir über ihn erfahren ist sowas von genial und es hat einen der geilsten Kämpfe überhaupt dieses ganze Buch ist der Mittelpunkt der Reihe und sorgt dafür dass alles was hinterherkommt von diesem Buch geprägt wird ganz einfach weil es so einen riesigen Einfluss hat und so viele Dinge verändert die meiner Rad der Zeit Band 6 die Schlacht bei Dumai ist sowas von genial gleichzeitig haben wir mit der Tavalon Handlung sowas von was mit dem Charakter Equin gemacht wird ist so spannend ganz einfach weil wir weil es einen super geilen Twist gibt wir haben halt mit Rand bekommt eine Charakterentwicklung die so eine starke Auswirkung auf alles kommende haben wird und einen richtig mit mit fühlen lässt was ich richtig geliebt habe außerdem kommt endlich mal Perrin wieder zurück das Buch was mich zu einem Sanderson Fan gemacht hat es ist einfach so ein wunderschöner Anfang für eine meiner absoluten Lieblings Trilogien eins der besten Magie Systeme überhaupt wir haben mehrere Twists in diesem einen Buch die Charakter Entwicklung von Win ist der Hammer weil sie halt mehrere Leben balanciert und herausfinden muss wer sie wirklich ist gleichzeitig haben wir mit Kayser so eine geile Nebenfigur die die ganze Zeit so einen Hauch von Geheimnis hat werden wir trotzdem immer noch ein wenig was über ihn erfahren das ist das erste Buch von Quaidle wo sie es schaffen eine Stärkung in Sachen Kampfkraft mit einer Charakter Entwicklung zu verbinden etwas was in späteren Wänden noch viel besser gehandhabt wird aber in diesem Buch war es so verdammt geil wir haben so eine Spannung weil wir diese zwei Königreiche haben die sich gegenseitig bekämpfen und das hat Einfluss auf unsere Hauptfiguren die versuchen diese neue Stufe Underlord zu bekommen war es einfach so eine geile Idee mein Lieblingsband von Klippenland Chroniken und der Band der wirklich in Richtung von Epik gegangen ist wir haben zwei der Ups meine absoluten Lieblings Schlachten wir haben einfach so viele geile Momente und es nimmt halt wirklich diesen ewig langen Konflikt der über die Wände aufgebaut wurde und bringt sie komplett wieder neu rein gleichzeitig verbindet die Geschichte auch mit ein paar früheren Trilogien die damals nicht so wirklich keine große Wichtigkeit haben Xanth hat eine geile Nebenentwicklung wir haben okay wir kommen jetzt zu den Büchern die meiner Meinung nach zu meinen absoluten Lieblingsbüchern zählen also die Dinge die wenn ich könnte mit über 5 Sternen bewertet würde was bedeutet also eigentlich gilt das schon ab dem letzten Krippenharkoniken Band was bedeutet dass es noch schwerer wird meine Gedanken kurz zu fassen ich freue mich schon der siebte Band von Skyter Rebellion führt das Konzept von verschiedenen Dimensionen ein macht daraus und bringt das in einer anderen Realität sich gehandhabt hätten gleichzeitig haben wir mit Agedion so einen geilen so einen geilen Antagonisten auch faszinierenden Antagonisten aber trotzdem haben wir dann noch eine Gruppe von scheiß Teenagern die magische Kräfte bekommen haben und ein paar der nervigsten und frustrierendsten Charaktere überhaupt sind aber so verdammt gut geschrieben sind dieses Buch hat mich von vorne bis hinten gefesselt wir haben so viele Twists so viele emotionale Momente so viele epische Momente es ist der Hammer ganz einfach weil die ganze Politik aus dieser Welt aus dieser Geschichte noch mal viel größer wird auf eine globale Ebene kommt jeder unserer Figuren hat was ganz eigenes wir haben ein super geiles Duell ungefähr in der Mitte was ich geliebt habe die ganze Handlung von Anten wird endlich klarer wohin seine Reise geht vor allem am Ende hatte Anten dieser Band ist in allen Aspekten besser als der erste Band von Wonder Wing In wir haben viel mehr Auswirkungen auf die größere Welt quasi wir sehen viel mehr Aspekte aus den unterschiedlichsten Punkten der verschiedenen Kontinente wir haben viel mehr Nebenfiguren die Wichtigkeit in Sachen ihrer Handlung haben Ryoka bekommt endlich mehr Fokus und sie hat so eine geile Szene mit zum Beispiel Terriach gleichzeitig haben wir auf einmal diese Feen die den Winter bringen und die sind super witzig der beste Band von die Nebel Geborenen ganz einfach weil er langsamer hat nicht so viele Twists wie der erste oder dritte Band aber er ist trotzdem besser geschrieben wir langsam immer mehr darauf eingegangen was so der große Plot dieser Geschichte ist das Ende von Phase 1 einer meiner absoluten Lieblingsreihen und dieses Ende macht einfach alles perfekt wir haben unglaublich emotionale Moment wir haben Charaktertode und sowas von viele Charaktertode es macht mich immer noch fertig darüber nachzudenken wie viele meiner Lieblings Fikoren in diesem Buch krepiert sind aber es ist so verdammt gut weil wir einfach die Charakterentwicklung von den Figuren kommt so zur Geltung ich meine Valkyre wurde über all die Wände aufgebaut und jetzt ist sie endlich so eine erwachsene der Beginn einer der epischsten Reihen überhaupt wir haben mehrere Handlungen die nicht wirklich viel miteinander zu tun haben bis zum Ende hin wo wir dann erfahren wie das alles zusammen gehört gleichzeitig haben wir mit so einen Fokus auf Kaladin was halt von der Gegenwart und der Vergangenheit was sich alles so verbunden ist gleichzeitig haben wir so viele geile epische Momente und vor allem das Ende vom ersten Band dieses Buch hat mich gebrochen und das kann ich nicht anders sagen es ist unglaublich brutal es ist unglaublich herzerreißend es schafft es sogar sexuelle Inhalte auf eine Horrorart und Weise zu gebrauchen was ich auf so eine abgefuckte Art dass ich mir wirklich geekelt habe bei diesem Buch aber das alles auf so eine geniale Art und Weise geschrieben gleichzeitig haben wir mit Gabriel in diesem Buch einer meiner neuen Lieblingsfiguren der wirklich zur Geltung kommt wir haben einfach so einen geilen Nebenfiguren Mann wie soll ich in 30 Sekunden ein Buch zusammenfassen über das ich eine über 10 Minuten lange Review gemacht habe wie das ist der Band wo Robert Jordan loslegt mit Rat der Zeit die Welt wird so viel größer bekommen so viel mehr Charaktere und jede und immer wieder wenn ich zurückdenke ist es krank wie viele geile Szenen oder wie viele geile Handlungen es in diesem einen Buch gibt wir haben alles mit den die Mädchen haben ihre eigene Handlung im Westen wir haben Perrin der zurück in die Heimat geht wir haben ok damit kommen wir jetzt zur Top 10 ich bin fertig das Video hat mich fertig gemacht in dem Band ist Melesen wirklich zu dem Buch geworden was es immer sein konnte beziehungsweise später Götter auf Deutsch wir haben so geile Schlachten wir haben so viele geile Zwists der Prolog allein ist meiner Meinung nach so was von genial die Art wie wir von diesen ersten paar Seiten an viel mehr über die Welt erfahren als vorher und wir schon allein nach dem Prolog auf einmal zurückdenken können und bemerken so gehört das zusammen der ist das und die haben das gemeinsam gehabt mein Lieblingsband von Cradle der es schafft den Turnier Arc absolut genial abzuschließen aber gleichzeitig so eine epische Schlacht außen herum zu haben die Entwicklung die sowohl Jeren als auch Lindon machen sind kommen in diesem Band so richtig zum ersten Klimax und es sorgt dafür es ist einfach so abgerundet und es ist so perfekt für diese Figuren gleichzeitig sorgt es dafür dass sie so viel interessanter in Bezug auf die ganze Welt sind dass ich es absolut geliebt habe wir haben so viele kleine Figuren die ihre eigenen Kämpfe haben ihre eigenen Entwicklungen dieses Buch ist praktisch gesehen All Out War Unsere Sozialeinsatzkommando von ein paar alten Kriegsveteranen Magiern natürlich alle und die müssen jetzt auf einmal versuchen diesen Krieg zu gewinnen gleichzeitig hat sie mit ihrer eigenen düsteren Seite zu kämpfen sagen wir es mal so nett was vom Ende her für so ein paar der geilsten Kapitel sorgt überhaupt die mich einfach die ganze Zeit Band 3 von Eis und Feuer hat einfach alle der Geistmomente der Reihe in Ein Wir haben die Rote Hochzeit Wir haben die Pur Frohne Hochzeit Wir haben Tyrion Wir haben das Duell zwischen Viper und Berg Wir haben das Gericht Wir haben Daenerys hat ihre eigene Handlung Jon ist hinter der Mauer was einfach auch so ein geiler Aspekt ist Wir haben einfach so viele Handlungen die alle in dieses eine dieser Band hat nicht nur den besten Twist der Reihe Nein er ist mein mei noch dadurch auch was er mit dem Charakter bei Kyro Unruh macht Wir haben halt als Fokus Figur sie wird in diesem Buch unsympathisch und sie macht ein paar extrem beschissene Entscheidungen aber sie bekommt dafür so richtig auf die Schnauze und das sorgt dafür dass sie sich endlich richtig einmal weiterentwickelt etwas was man vom ersten Band an so erwartet hat und was auch immer wieder angedeutet wurde mein Lieblingsband von Rad der Zeit ist Band 12 ganz einfach weil es zweimal in Lieblingshandlung hier zum hohen Höhepunkt kommt einmal Tavalon was so lang aufgebaut wurde und jetzt so verdammt episch geendet wird und dann natürlich noch Ranz Charakterentwicklung die eine der besten Charakterentwicklungen ist die ich gelesen habe was dafür sorgt dass die Momente von ihm unglaublich herz reißend sind aber gleichzeitig unglaublich stark geschrieben sind was mich einfach absolut lieben lässt was wir davon bekommen und wir haben gleichzeitig natürlich noch ein paar andere Handlungen die mit reinspielen aber das sind wirklich beiden Haupthandlungen die ich persönlich am meisten liebe und oh mein Gott ich hab's geschafft habt ihr mich verstanden Bonehunters hat für mich wahrscheinlich das beste Kapitel das ich jemals gelesen habe die gesamte Belagerung von können aber trotzdem ist das Buch wo sehr viele Handlungen die wir vorher nur in fünf separaten Büchern hatten jetzt zusammenkommen was dafür sorgt dass sie unglaublich viele coole Momente haben wo Charaktere die sich vorher gar nicht kannten jetzt auf einmal zusammen kommen was einfach für so geile Momente sorgt kaum ein Buch hat mich so überrascht wie das Reich der Vampire als ich es zum ersten Mal gelesen habe ganz einfach weil ich nicht erwartet hat dass es mich so dermaßen umhauen wird wir haben einmal die Vergangenheit die erzählt wird dann die Gegenwart und gleichzeitig noch quasi die Zukunft und alle diese drei Handlungen springen so ineinander hin und her was einfach super spannend ist und gemacht wird gleichzeitig sorgt es dafür dass mit Twists rumgespielt wird dass Gabriels Charakter dadurch super spannend wird weil wir immer wieder seine Perspektive auf vorherige Ereignisse sehen wir haben unglaublich viele Nebencharaktere die Der fünfte Band von Melesen fängt eine komplett neue Handlung an mit kaum Figuren die wir überhaupt kennen was dafür sorgt dass alles was Steven Erickson in diesen letzten vier Bänden gelernt hat hier zur Geltung kommt wir haben zwei Völker die sich gegeneinander abschlachten wir eine große Macht die Einfluss auf diese Völker nimmt wir haben Buck und Tehold die super witzig sind eines der witzigsten Duos überhaupt wir haben sehr viele Nebenfiguren die der Hammer sind wie zum Beispiel Priss oder Troll alle haben ihre eigenen Handlungen und alles spielt zum Finale so eine unglaublich geilen und was ist das letzte Buch sollte niemanden überraschen Words of Radiance von Brandon Sanderson Sanderson hat sich schon immer dadurch gezeichnet dass er unglaublich extrem geile Enden hat und auch in diesem Band ist das Ende der absolute Hammer aber was dieses Buch so besonders nachmacht ist dass auch vorher unglaublich viele geile Momente haben wir Ich hab's geschafft Oh wow Das war ein Video Mal sehen wie lang es ist nachdem ich es geschnitten habe Schreibt doch gerne mal in die Kommentare was ihr von dem Format haltet ob ich es vielleicht nächstes Mal noch mal geupdatet machen soll muss ich mal sehen genau ansonsten schreibt doch habe und ja danke fürs zusehen würde mich über ein like freuen wenn das Video euch gefallen hat und für weitere Buch Reviews einfach den Kanal abonnieren danke fürs zusehen und ciao